Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Beim letzten Mal haben wir den Bring Down the Sky DLC und Faros abgeschlossen und... Jetzt fehlt schon gar nicht mehr viel. Aber vorher möchte ich nochmal zur Citadel fliegen. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich diese Panzerung kriegen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Und was ich auch noch gemerkt habe, ist, wir haben Joker ein bisschen vernachlässigt. Mal gucken, ob er was Neues zu sagen hat, aber... Ja, also er hat nach jeder Mission so einen Spruch auf Lager, aber... Wir haben hier nichts Neues. Nehmen wir auch mit. Ja, komm. Ist ja nicht so, als müssten wir irgendwas machen. Gut, das musste ich jetzt nicht wissen. Boah, dieses Knacken von dem Monitor. Ähm, ja. Gut, wir haben da nur die Hälfte zerlegt. Was ist denn los heute? Hallo, Kommander. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Wobei, warte, vielleicht ist unten nochmal ein Upgrade. Hallo, Kommander. Ich zeige mir, was... Ich öffne die rare Stalken. Hm, nee, nicht so. Schade. Ich finde es auch wirklich lustig, wie man hier einfach die Waffen ziehen kann und das interessiert keinen. Na gut, wenn es hier die Panzerung nicht gibt. Also, ich habe die Kolossus-Panzerung versucht. Also, wie geht es darum, Garrus? Ist das besser als C-Sec? Krieg, ein rogues Specter mit vielen Leben auf dem Weg und keine Regulationen, um in den Weg zu kommen, würde ich sagen, das bezieht C-Sec. Es kann nur noch Hoffnung für dich, Turian. Jedenfalls, ich wollte die Kolossus-Rüstung haben, genau. So eine schwarz-rote ist das. Die ist eigentlich ziemlich cool, sieht auch ziemlich cool aus. Und ist eigentlich die beste oder zweitbeste Rüstung, mal abgesehen. Also, ziemlich vergleichbar mit der Specter-Rüstung. Aber wenn es die nicht gibt... Stand by, Shore Party. Die Contamination in Progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands released. Ah, das ist knapp. Oh, wer ist das? Ah, das ist knapp. Okay. Da. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch ein Ausweichmanöver Also wie ich die Tiere schütze, das verdient ja schon fast ein Achievement Muss ich die überhaupt nicht zerstören? Ich kann auch einfach durchfahren, oder? Okay, hier wird es natürlich ein bisschen enger Ich bin mir ziemlich sicher, hier muss ich was machen Oder? Nee, hier gab es glaube ich nur Items Oh, das kannst du aber schön vergessen hier Ich wollte schon sagen Ach, zwei von den Dingern Ey, da auch Was ist denn hier los? Ja, Hilfe! Da ist unser Target, Commandant. Ja, und da sind auch Scharfschützen. Ist der uns gefolgt? Ernsthaft? Aber ich frage ich auf meine Biotik was dagegen ausrichten. Wow, ich dachte, er ist gehackt. Oder war es, weil keiner mehr übrig war? Ah. Ich hoffe, der Marco nimmt jetzt dadurch keinen Schaden. Was sagt denn mein Scharfschützengewehr zu der Sache? Ach, ich kann nicht durch das Zielfernrohr von dem Ding gucken, weil ich ein Frontkämpfer bin. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich brauche ein bisschen für eine Ausbildung, nur um durch das Zielfernrohr zu gucken. Mache ich doch hier bei dem Ding auch. Okay, das ist ja echt mehr ein Visier. Aber doch, ist das nicht in Fernrohr? Ach, keine Ahnung. Hä? Ich habe doch gerade... Ich habe doch gerade die Türsteuerung ausgelöst. Das ist toll, dass meine Scott nicht wieder wenigstens so einen Aim haben. Oder? Komm, jetzt die Gav. Ah, ich muss die... Ah, ernst? Nur weil ich die Tore zuerst öffnen wollte, hatte das nicht registriert. Ähm, welchen Typhon außer Reichweite fliegen? Obwohl, okay, die Türme sind nicht weg, also alle. Ich meine, es werden mehrere... Ja, stimmt, es waren mehrere Tore, aber nicht mehrere Türme. So. Gut, ich habe nichts gesagt. Gut, ich habe nichts gesagt. Davon war nichts salarianisch. Ich weiß nicht, woher die Untertitelleute sich das geholt haben. Schilder hat sich auch noch schön aufgeladen. Das ist jetzt überhaupt nicht unnötig. Wobei man dazu sagen muss man, äh, das kann ich nicht direkt erleben liegen. So, was müssen wir jetzt tun? Bleib auf, bis wir mit einem Plan kommen können. Bist du hier in charge? Was ist die Situation? Ich bin Captain Kirahi, 3. Infiltration Regiment STG. Du und deine Crew haben gerade in der Mitte einer heißen Zone gelandet. Jede AA-Gun in 10 Meilen wurde zu eurer Presence alertet. Was müssen wir im Moment tun? Wir bleiben, bis der Kanzel die Reinforcements, die wir geholfen haben. Wir sind die Reinforcements. Was? Ihr seid alle, die sie senden? Ich habe dem Kanzel gesagt, eine Flutte senden. Ich bin ihre Flutte. Wir konnten nicht Ihre Transmission verstehen. Sie senden mich, um zu unterscheiden. Das ist eine Repetition unserer Aufgabe. Ich habe halbe meine Männer verletzt, um dieses Ort zu unterscheiden. Also, was hast du gefunden? Saren's Basis von Operationen. Er hat hier eine Forschungsfassilie gesetzt, aber es ist mit Geth und sehr gut fortisiert. Was ist Saren recherchend? Er hat die Fassilie benutzt, um eine Armee von Krogan zu besuchen. Und die Genophage ist offenbar ein R. Ja. Die Gathe sind ziemlich schlecht, aber eine Armee von Krogan? Er wäre fast nicht verletzt. Genau meine Gedanken. Wir müssen sicher, dass diese Fassilie und ihre Geheimnisse sind verletzt. Verletzt? Ich glaube nicht. Unsere Menschen sterben. Diese Verletzungen können sie retten. Wenn diese Verletzungen verlassen, dann Krogan wird nicht verletzt. Wir können nicht wieder das gleiche Fehler machen. Wir werden nicht verletzt. Wir werden nicht verletzt. Wir werden nicht verletzt. Wir können uns ein bisschen Zeit geben. Geh'ein, Captain. Ich werde bald wieder zurück. Wir werden nicht lange, Commander. In der Lage, wenn Sie eine Rechte brauchen, können Sie mit Commander Rentola reden. Er ist in einer der Tenten von mir. Was sagt er denn? Tut mir leid, ich konnte dich nicht hören. Da war eine Luft ab... Nee, das war nur Rex, ich wollte schon sagen. Na, das Problem ist, das meiste ist ver-